Hast du dir schon mal die Frage gestellt, die Fantasie gehabt, ich sage ganz bewusst die Fantasie gehabt, wie kämmen Buddha, Jesus und all die anderen besonderen Menschen heute daher? Also diese Religionsstifter, diese Heiligen, diese besonderen Menschen, die dann zu einer Bewegung geführt haben in der Menschheit und eben das eine und das andere daraus entstanden ist. Also berühmte Personen, die auf die Menschen eingewirkt haben und die die Menschen vielleicht zu etwas gemacht haben, dann in der Folge, was im weitesten Sinne zur Kulturbildung beigetragen hat oder zur Entwicklung der Menschheit beigetragen hat. Wie kämen Buddha, Jesus und all die anderen besonderen heute daher, wenn wir darüber eine Fantasie wagen? Und Fantasien oder Utopien in diesen Zusammenhängen sind sehr interessant, weil wir uns dann und wann mal Gedanken darüber machen und überlegen, wie das wohl wäre, auch wenn es rein fiktional ist und keinen Anspruch auf Richtigkeit, auf Wahrheit, auf Besonderheit hat. Wie kämen Sie daher? Ja, jedenfalls nicht kommerziell, so viel ist klar. Das Kommerzielle, das heutzutage so überhand nimmt, auch bei manchem Guru oder bei manchen spektakulären Menschen, die Turnhallen füllen oder sonstige Stadien füllen mit Eintrittsgeldern, selbst wenn sie sich hinter Spenden verbergen. Und das Spenden ist etwas sehr Beliebtes heutzutage und etwas Mögliches, aber Spenden kann auch bedeuten, dass sehr viel gespendet wird und dann wird das zunehmend kommerzieller und diese Menschen sind dann jedenfalls nicht kommerziell. Und eher auch nicht in Schlips und Kragen, auch wenn ich hier nichts gegen Schlips und Kragen sage, aber es wäre es eher nicht, dass sie in Schlips und Kragen auftreten, so wie ein vertrauenserweckender oder in der Hoffnung Vertrauen zu erweckender Banker oder sonstige Leute, die, meinetwegen Politiker, die gerne in Schlips und Kragen kommen, weil sich das so gehört. Und die tun das eher nicht. Ungewöhnlich. Zunächst unerkannt. Eigentlich unbemerkt. Irgendwie so am Straßenrand. Ich will nicht sagen, wie ein Penner wirkend und wie ein Obdachloser und all die zahllosen Menschen, die uns immer mehr begegnen auf den Straßen und in den Wäldern und von denen wir denken, mein Gott, was haben die denn? Und wie schlimm. Und wenn wir dann ein bisschen gewissenhafter werden, nachdenken drüber, warum es so viel und immer mehr von diesen Menschen gibt. Ungewöhnlich. Zunächst unerkannt. Ganz wichtig. Unerkannt. Unspektakulär. Weil sie das Übliche nicht nachreden oder kolportieren. Und die heutige Zeit besteht ja ganz stark darin, dass viel nachgeredet wird. Dass man das übernimmt, was der eine schon mal gesagt hat, was der von dem abgeschrieben hat und wiederum der irgendwo da entdeckt hat und so weiter und so weiter. Und so verbreitet sich ja das, gerade in einem Massenmedienzeitalter, dass er immer mehr Massenmedienzeitalter wird. Und diese kommen unspektakulär, weil sie ihm das Übliche nicht nachreden oder kolportieren in einer eigenen Sprache, in einer neuen Ansprache. Im Stil, den man bisher noch nicht bezeichnete und analysierte und deutete. Niemand käme auf die Idee, sie mit einem Jesus oder Buddha zu vergleichen oder eben anderen wichtigen Persönlichkeiten. Es sollte nur stellvertretend sein für diese herausragenden Persönlichkeiten. Im Gegenteil, die Leute würden sagen, wenn man sie darauf hinweist, was ist denn das für eine Blasphemie zum Beispiel? Oder wie kannst du es wagen, so jemanden zu vergleichen mit Jesus und Buddha und Sonstigen? Nach und nach ziehen sie Menschen an. Das ist das Interessante. Sie ziehen nach und nach Menschen an. Redend, aber eigentlich wirken sie durch etwas anderes. Es sind nicht die Worte. Es ist nicht die Wahl der Worte. Aber irgendetwas wirkt in den Worten, durch die Worte, hinter den Worten. Mystisch, in ihrer Eigenart. Denn alles, was letztendlich wichtig ist und über den typischen Menschen hinausgeht in eine sogenannte Transzendenz hinein, ist immer mystisch, plötzlich, einbrechend, nicht erklärbar, nicht nachvollziehbar und natürlich wissenschaftlich nicht anerkannt. Allenfalls bemerkt und aufgeschrieben, irgendwo vermerkt, wie man alles so vermerkt und dokumentiert. Es ist einfach, sie zu treffen. Und die Menschen, die ihnen begegnen, merken, dass es bei ihnen um etwas grundlegend anderes geht, als bisher angenommen und als bisher ausgesprochen oder deklariert. Harmlos und doch irgendwie sehr hintergründig. Und das Hintergründige ist interessant. Viele Menschen bewegt es dazu, zu sagen, mein Gott, was ist das schon? Was soll das schon? Und sie bemerken gar nicht, dass sich da etwas anbahnt, was sie bisher noch nicht bemerkt haben. Das ist das, was ich mit dem Hintergründig meine. Harmlos, vielleicht sogar blöde oder irgendwie verblödet wirkend. Und doch irgendwie sehr hintergründig. Etwas Hintergründiges passiert und bahnt sich. Kritiker erheben ihre Stimmen. Allerdings, zu Beginn, sehen sie es als kaum für Wert an, sich mit ihnen abzugeben und ignorieren diese, wie das so üblich ist. Vieles wird zunächst mal ignoriert, verharmlost, verbaggetalisiert und so weiter, bis man dann merkt, Schritt für Schritt, oh, da ist etwas dran. Sie finden die richtigen Worte, also diese Menschen, Buddha, Jesus oder wie sie dann auch immer heißen, sicherlich nicht Buddha und Jesus, sie finden die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Bei den Menschen, die dafür empfänglich sind. Wer sie erkennt, bemerkt den Beginn einer neuen Epoche. Bemerkt den Beginn einer tatsächlich neuen Epoche, nicht nur einer Illusion, einer weiteren Illusion und Hoffnung und all dem, was wir ständig tun und stets denken, mein Gott, jetzt passiert etwas, jetzt geschieht etwas Grundlegendes und dann passiert es doch nicht. Aber jetzt passiert etwas Grundlegendes. Und das ist der Beginn einer neuen Epoche. Und das ist dann vielleicht das Aufatmen, das durch viele Reihen geht oder bei vielen Menschen geschieht. Und die bemerken aufgrund ihres Atmens, ihres Aufatmens, dass tatsächlich etwas Grundlegendes anders geworden ist. Ein Aufatmen geschieht und verbreitet sich. Ihre Sprache, obwohl verständlich, war bisher nicht bekannt. Ihre Sprache, ich betone Ihre eigene Sprache und das ist ja das Tolle an der Sprache, einerseits haben wir eine Konventionalität, also wir teilen die Sprache als Menschen miteinander, sodass wir uns verstehen können. Aber jeder hat doch eine andere Sprache und damit Ansprache. Und Ihre Sprache, obwohl verständlich, war bisher nicht bekannt. Viele Menschen erkennen, um was es beim Menschsein wirklich geht, durch sich selbst. In ihrer Persona, in der etwas berührt wurde, durch diese Menschen, was bisher nicht berührt wurde oder nur teilweise geschah und dann wieder unterging, wie das so oft ist im Leben, tatsächlich bemerken wir vieles, wir ahnen vieles, wir vermuten vieles, aber wir wissen es nicht genau. Und da schlägt etwas durch bei diesen Menschen. Etwas verbreitet sich dann in der Folge. Also das ist mal so eine kleine Fantasie darüber, so etwas Fiktionales, wie könnte das sein? Und für viele Menschen ist es sicherlich auch eine Hoffnung, zu sagen, mein Gott, kommt mal wieder jemand wie so ein Messias, wie so ein Prophet, wir können viele Namen und Bezeichnungen dafür finden, der dann etwas wirklich so Wichtiges tut, was bisher nicht der Fall war. Was wir ja oft erleben, ist wie gesagt die Ansprache, die ganze Institution von Spiritualität, egal ob wir ins Ad weiter gucken, in Buddhismus gucken, ins Christentum gucken, in Philosophien hineinschauen und so weiter. Und das ist gut so, es ist okay so, dass es so ist. Das ist ganz wertvoll und wichtig. Aber irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, braucht es eine ganz andere Zündung und eine ganz andere Initialisierung und damit wiederum eine Wirkung, auch wenn die Dinge natürlich ähnlich sind. Jemand, der dann etwas proklamiert oder etwas repräsentiert, der wird sich nicht so großartig unterscheiden von einem Buddha, Jesus, von einem Konfuzius oder sonstigen Menschen, die herauswagend waren in ihrer Historie und ihrer jeweiligen Kultur. Aber trotzdem, es kommt immer wieder etwas, erstaunlich Neues zustande. Wie kämen Buddha, Jesus und all die anderen Besonderen heute daher?